Der Gewinn war ein massiver Mehrweg für den Betrieb an sich, weil wir relativ viele Marketingaktivitäten hatten. Und vor allem ist es eine mega Wertschätzung für unsere Mitarbeiter, weil die schlussendlich endlich mal ein Feedback bekommen muss, dass sie einen guten Job machen. Der zukünftige Werbung ist ein Tipp aus einem Nachhinein. Wir haben schon mit vielen Betrieben mitgemacht. Ich glaube wirklich ist die Motivation, dass die, die an der Front sind, sich auch mit Begeisterung weitergeben können. Also Begeisterung nicht nur von der Gastronomie, sondern auch mit Begeisterung für das, dass man sich hier bewirbt und dass man schlussendlich auch gewinnen und Gas geben möchte. Das ist so und so für uns.